Werden die Brüste nach einer Brustverkleinerung wieder größer, wenn ich zunehme? In der Tat, das ist zu vermuten. Die Brust besteht aus Drüsengewebe, aber auch einem nicht unerheblichen und vor allem variablen Fettanteil. Und dieser Fettanteil, der hängt von der Gewichtszunahme ab. Es gibt Frauen, die nehmen sehr stark an den Brüsten zu, andere nehmen weniger stark an den Brüsten zu. Und nach einer Operation und einer Gewichtszunahme muss man davon ausgehen, dass auch die Brust wieder größer wird. Dies ist sicherlich nicht vorteilhaft, vor allem für die Narben, die werden dabei etwas breiter und ausgedehnt. Also man sollte möglichst ein stabiles Gewicht haben und dies nach der Operation halten. Man sollte wieder zunehmen, aber auch nicht abnehmen, das wird auch nicht hübscher. Thorsten Schraub